Freunde, Super People Settings, ein weiteres Video, was ich machen werde, wo es tatsächlich heißt, ja übrigens, wenn du alles auf Low Ballast, ist das nicht das Beste, was du tatsächlich erreichen kannst in dem Game. Also, gucken wir uns die Settings hier mal an, für die Leute, die neu hier sind. Ich bin der Niko, der zu Twisted, schön, dass ihr am Start seid. Wenn ihr Fragen zu den Settings habt, schaut gerne mal auf Twitch vorbei oder haut es auch gerne in die Kommentare bei YouTube. Link zu Twitch findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Ansonsten, let's go. Wir fangen mit dem Anzeigemodus an und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass der Vollbildmodus einfach mittlerweile der beste Modus ist, um die meiste Leistung halt einfach aus jeder Anwendung rauszuziehen. Also, hier natürlich No-Brainer, Vollbildmodus. Auflösung, wählt ihr die Auflösung aus, die euer Monitor, euer Gaming-Monitor halt dementsprechend hat. Bei mir ist das an der Stelle Full HD. Hier wird es bei Nvidia DLSS eigentlich nur dann relevant, wenn ihr eine Nvidia Grafikkarte habt, der Karte RTX oder neuer und es für euch halt relevant ist, dass eure Grafikkarte so ein bisschen am Limit ist mit euren Einstellungen. Das heißt, es wird eigentlich für die Leute interessant sein, die WQHD spielen und wirklich krass hohe Grafikeinstellungen haben oder halt 4K spielen und dieses Game zocken müssen. Da wird halt Nvidia DLSS interessant. Ansonsten eigentlich im kaumsten Fall irgendwie relevant. Nvidia Reflex an der Stelle ist einmal scheinbar gerade aktuell ein bisschen buggy, weil das resettet sich die ganze Zeit, wenn man das Game startet. Was relevant ist für Nvidia Reflex, es reduziert einfach Input-Lag. Demnach auf jeden Fall anschalten, das als Minimum, am liebsten An- und Boost. An- und Boost, solltet ihr eine schlechte Belüftung in eurem Gehäuse haben, dann wird das halt vielleicht ein bisschen zu Wärme führen, aber eigentlich nicht. Also An- und Boost, auf geht's. Wenn ihr auf dem Laptop spielt, da vielleicht dann nur anwählen. Das könnte nochmal ein Punkt sein. V-Sync aus Helligkeit und Schärfe sind Sachen, die ich generell über das Bild halt nicht gemacht habe. Also über das Spiel selber, sondern es lässt bei mir einfach über die Nvidia Systemsteuerung laufen. Da kann man nämlich nochmal direkt für den Monitor selbst die Farbe ein bisschen abändern. Das habe ich für Escape from Tarkov gemacht. Da kann ich auch gerne jetzt mal hier einen Link irgendwie einblenden lassen. Dort findet ihr dann einmal meine Einstellungen zur Farbe tatsächlich. Maximale FPS im Spiel. Hier wählt ihr an der Stelle einmal einfach aus, was ihr für eine Herzzahl in eurem Monitor habt. Relativ simpel. Maximale FPS in der Lobby. Man braucht nicht mehr als 60. Also von daher, auf geht's. 60 FPS. Blickwinkel 110, einfach damit man alles Mögliche sehen kann. Es gibt unter anderem auch den Effekt, dass wenn man eine niedrigere FOV hat, dass es so wirkt, als hätte man weniger Recoil. Kann man vielleicht mit rumspielen. Müsst ihr selber wissen. Dann kommen wir einmal zu den ganzen Grafikeinstellungen. Und ich möchte hier vorweg sagen, das wo ich überall niedrig bzw. low eingestellt habe, da könnt ihr überall low bzw. halt auch very low oder halt einfach sehr niedrig einstellen. Niedrig ist es einfach nur bei mir eingestellt, weil ich halt Streamer bin und nicht möchte, dass mein Game komplett shit aussieht. Aber wenn ihr wirklich so viele Frames wie möglich bekommen möchtet, einfach sehr niedrig und abfahrt. Es gibt hier allerdings noch ein paar Reiter, die wir uns definitiv angucken müssen und die relevant sind. Texturen ist für mich nochmal ein Punkt. Für mich der Personal Preference ist, Texturen auf Ultra, weil ich möchte nicht, dass das Game shit aussieht. Und es zieht nicht so krass viele Frames. Also Texturen auf Ultra. Schatten, wie gerade schon erwähnt, niedrig. Sichtdistanz niedrig. Es gibt einige Leute, die sagen, dass die Sichtdistanz irgendwas mit Spielern zu tun hat. Das ist Quatsch. Aus meinen Tests her, Super People rendert Spieler immer auf der gleichen Distanz rein. Hier geht es nur um Objekte. Man sieht hier zum Beispiel auch im Hintergrund, hier ist ein Boot drin und hier nicht. Das ist der einzige Unterschied. Wenn ihr möchtet, dass nicht random irgendwie Sachen in der Distanz aufploppen, kann man das ein bisschen hochschieben. Aber ansonsten nicht großartig relevant. Blattwerk. Das hier ist der Reiter, den ihr auf Ultra eigentlich machen müsst. Es zieht euch maximal drei Frames. Aber ihr seht dadurch nicht mehr diese scheiß zweidimensionalen Büsche, die einfach komplett random irgendwie überall verteilt sind. Also Blattwerk definitiv auf Ultra. Ich werde euch jetzt hier, denke ich mal, ganz kurz den Unterschied zwischen Ultra und Very Low reinpacken. Dann seht ihr einfach, ihr könnt definitiv besser die Dimensionen voneinander unterscheiden und ihr habt nicht mehr das Gefühl, dass ihr auf einmal auf einen Busch flickt, weil ihr denkt, das wäre ein Gegner, der auf euch zukommt. Effekte ist der einzige Reiter, den ich bei mir noch auf sehr niedrig habe. Liegt halt daran, dass ich nicht möchte, wenn ein Gegner eine Ultimate zieht oder sowas, dass ich auf einmal Framejobs bekomme. Shader-Qualität an der Stelle ebenfalls auch auf niedrig. Wieder der gleiche Grund wie eben, könnte die auch auf sehr niedrig machen. Die Kantenglättung an der Stelle möchte ich an der Stelle auf Ultra haben. Liegt daran, dass ich ein Streamer bin und der Encoder generell ein Fan davon ist, wenn Sachen rund sind und nicht mehr so kantig sind. Ist einfach ein bisschen angenehmer für die Bildqualität des Streams. Heißt, also solltet ihr Streamer sein oder YouTuber oder sonst irgendwas, Kantenglättung oder Anti-Aliasing in jedem Spiel einfach immer aufs Maximum ballern. Nachbearbeitung an der Post-Processing, niedrig, wie eben schon erwähnt. Schärfentiefe aus auf aus, weil warum möchte man in irgendeinem Spiel jemals irgendwie eine blurry Sicht haben? Erweiterte globale Ausrichtung bringt euch nichts, außer mit Rendering-Stil. Habe ich hier Steel 2? Ich weiß nicht warum, aber mit meiner Farbkombination sieht es einfach am geilsten aus. Und DirectX, wenn ihr eine neuere Grafikkarte habt, beziehungsweise eine neuere Hardware habt, guckt auf jeden Fall, dass ihr DirectX 12 aktiviert habt. Dann zur Audio. Hier sind zwei Sachen eigentlich nur relevant. UI könnt ihr einmal ausschalten und Stimme für Ansagen einmal komplett ausschalten. Das liegt halt einfach daran, dass ihr euch dann wirklich komplett aufs Game fokussieren könnt und nicht mehr irgendwer einer Ansage kommt von dem Announcer so nach dem Motto, übrigens ihr seid jetzt so und so weit platziert oder sonst irgendwas. Ihr habt wirklich nur noch den Sound von gegnerischen Steps oder ähnlichem. Gut, ich habe mich hier mal unten hingepackt und dann fangen wir mit der Steuerung an, weil hier wird es nochmal ein bisschen interessant. Und vertikale Empfindlichkeit an der Stelle immer auf 50 lassen, weil ihr möchtet einfach genau die gleiche Sensitivity haben, die vertikal ist und auch horizontal. Ihr ändert eure eigentliche Sensitivity einfach nur mit diesen unteren Reitern ab. Das hier würde nochmal die Bewegung von oben und unten und die vertikale Empfindlichkeit halt nochmal im Endeffekt erhöhen oder nochmal erniedrigen. Das ist nicht richtig. Aber Thema Sensitivity, das ist Personal Preference, das ist komplett euch überlassen. Für mich persönlich, ich spiele 1600 DPI und halt einfach eine Elber in Game Sense. Ansonsten gibt es hier an der Stelle auch nicht großartig was Interessantes. Hier vielleicht noch einmal Atem anhalten auf Umschalten bzw. auf Toggle setzen, dass ihr halt einfach den Input nur einmal geben müsst und schon weiß das Spiel Bescheid. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil, nämlich einmal zur Tastenbelegung, weil hier gibt es nämlich noch ein paar Tipps und Tricks, die vielleicht relevant sind. Und hier fangen wir nämlich direkt schon mal an. WASD, ganz normal, standardmäßig geblieben, aber Springen und Parcours ist was Separates bei mir. Nämlich einmal, dass ich wirklich genauere Inputs geben kann. Jumpen einfach bleibt der ganz normale Spacebar und wenn ich Parcours bzw. Volten möchte, dann drücke ich dafür V. Dann einmal nach Links- und Rechtslehnen habe ich bei mir auf Maus 4 und 5. Bietet mir halt da die Möglichkeit, dass ich WASD noch komplett frei habe, so wie ich halt im Lehnen bin. Ich habe halt ein bisschen mehr Movement-Möglichkeiten und kann halt ohne Probleme noch ein bisschen strafen beim Schießen, was es für mich definitiv angenehmer macht. Ist ein bisschen erstmal eine Umgewöhnung für die erste Woche, wo man das so spielt, weil man natürlich einen Input auf der Maus gibt auf einmal noch und dadurch das Aim möglicherweise ein bisschen verzieht. Aber dadurch, dass ihr halt WASD-Inputs noch geben könnt, während ihr euch bewegt bzw. während ihr halt im Lehnen seid, ist halt einfach ein Life-Changer. Dann habe ich einmal Zielen- und Zielfernrohr-Modus, einmal gewechselt, also einmal das aus der Hüfte, das genauere aus der Hüfte schießen, habe ich hier einmal auf Links alt und der reine Aim-Downside-Modus, einfach nur auf Rechtsklick, so wie man es kennt. Was für euch auf jeden Fall nochmal interessant sein kann, ist, dass ihr möglicherweise eure Granaten einzeln keybindet. Das ist etwas, was ich selber noch nicht gemacht habe, wo ich noch so ein bisschen auf der Suche bin nach dem perfekten Keybind, aber das muss ich mal schauen. Aber gerade, wenn man halt im Duo oder im Squad unterwegs ist, instant zu einer Rauchgranate greifen zu können, wenn der Teammate gedownt ist, könnt ihr da einfach mal wunderbar den Teammate absmoken, um ihn halt so schnell wie möglich wieder hochzuholen. So, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt und nämlich einmal die Heil-Items. Hier haben wir das Emergency-Kit, also das Notfall-Set, das Erste-Hilfe-Set, das First-Aid-Kit und die Kompressionsverbände. Die habe ich alle einzeln gekeybindet, weil es dadurch dann einfach schneller passiert. Und gerade, wenn ihr in einem Gunfight seid, sind Millisekunden das, was euer Leben und Tod möglicherweise entscheiden könnte. Deswegen, so schnell wie möglich diese Items nutzen können und ihr überlebt die Fights deutlich schneller. Deswegen, ich habe mir auch, es gibt ja diese zwei Item-Paletten sozusagen, die habe ich mir in eins gesetzt. Und so nutze ich jetzt nur noch eine Custom-Item-Palette, um einmal alle Snickers zu nutzen, also die Power-Bars, Energy-Bars, Speed-Bars, was auch immer. Und die ganzen Pillen, die sind alle in einem jetzt mittlerweile bei mir drin, das zeige ich euch gleich, wie das geht. Und halt die einzelnen Heal-Items sind ebenfalls alle einzeln gekeybindet. Da kann ich halt wirklich so schnell wie möglich so viele Inputs wie möglich geben, dass ich halt einfach möglicherweise einen Fight überleben kann. Hier kann man an der Stelle auch definitiv noch ein Argument bringen, dass ein Kraft-Energie-Regel oder ein Verteidigungs-Energie-Regel, die beiden Regeln, dass man die auch noch einzeln keybinden könnte, das müsst ihr dann an der Stelle für euch wissen. Hier haben wir an der Stelle das einmal den Punkt, nämlich einmal die individuelle Gegenstandspalette, beziehungsweise die Custom-Item-Palette. Ist alles bei mir auf Q jetzt an der Stelle gebeindet und die Energie-Palette, also die nutze ich eigentlich gar nicht mehr, sondern ich habe jetzt wirklich alles in der Custom-Palette drin. Ihr seht hier an der Stelle nochmal das Crafting-System, habe ich jetzt auf F1, F2, F3 und F4 gekeybindet. Liegt daran, dass ein Alt-1, Alt-2, Alt-3, was weiß ich, für Keybinds einfach noch zwei Inputs ist. Und es fühlt sich einfach ein bisschen smoother an, das Ganze auf einem einzelnen Keybind drin zu haben. Die nächste Sache, die ich bei mir abgeändert habe, ist einmal zu Fahrersitz wechseln im Auto. Das heißt, so wie ihr in ein Auto einsteigt, so wie ihr nochmal W drückt, was ihr sowieso tun müsstet, um zu beschleunigen, wechselt ihr automatisch zum Fahrersitz. Könnt euch an der Stelle einfach einen kleinen Input halt einfach sparen und ihr seid ein bisschen schneller, bis ihr wieder losfahrt. Das war es dann auch schon zu den Tastenbelegungen und wir kommen jetzt zu den Spieleinstellungen, wo man die Custom-Item-Palette einstellt. An sich einmal Fadenkreuz, ja, habe ich für mich einfach auf Grün gesetzt, finde ich einfach am angenehmsten. Kann man allerdings natürlich auch noch ein bisschen hier rumspielen. Guckt einfach, dass ihr das wählt, was ihr am besten auf jedem Untergrund sehen könnt. Dann die nächste Sache, die ich verändert habe, ist einmal Kriegspaket anzeigen. Das Kriegspaket wird nicht mehr überall durch 25.000 Wände angezeigt. Es wird euch nur noch auf der Karte selber angezeigt. Ihr markiert es euch einfach, okay, dahin muss ich gehen. Oder ihr seht halt einfach das Symbol auf der Karte, dort geht ihr hin und fertig. Es wird nicht mehr durch 25.000 Objekte angezeigt. Dann einmal die Loot-Sachen, das Loot-Management. Habe ich persönlich bei mir Munition 150 gelassen, Notfall-Set, Erste-Hilfe-Set auf 5, das eigentlich komplett. Beziehungsweise man könnte halt auch wirklich sagen, dass das Notfall-Set niemals gestopft wird, weil das hier ist halt das eigentlich das wichtigste Teil-Item im Spiel. Ganz ehrlich, das würde ich auch einfach aufs Maximum hochdrehen. So, ändern wir das Ganze direkt nochmal on the fly. Aber ansonsten das nächste, was vielleicht nochmal interessant ist, sind halt einfach die Kraft-Energie-Regel und die Verteidigungs-Regel habe ich bei mir auf 6 gesetzt und den Speed-Regel auf 2. Ist für mich einfach am angenehmsten, weil ich habe für mich persönlich, ich glaube, man braucht einfach nicht allzu viele Speed-Regel. Und hier ist dann auch schon die Custom-Item-Palette, die ihr abändern könnt. Und hier sind die drei Ecken, die ihr auch einfach ändern möchtet, wenn ihr es so haben möchtet, so wie ich. Hier wäre normalerweise das Emergency-Kit drauf, hier das First-Aid-Kit drauf und hier die Bandagen. Die habe ich alle halt einfach jetzt, wie gesagt, rausgenommen und habe jetzt einfach die entsprechenden Energie-Regel hier reingepackt, um diese zwei kreisförmigen, ja, die Platte, diese Paletten halt einfach in eins zu setzen. Und so ist es halt für mich einfach am angenehmsten, um die alle, um die ganzen Items dementsprechend zu nutzen. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein Like, Kommentar, ein kostenloses Abo da. Würde mich extrem supporten und schaut auf jeden Fall auch gerne mal auf Twitch vorbei. Würde mich freuen, wenn ihr da wärt. Und jetzt viel Spaß bei euren Runden.